Guck mal hier, das hier ist wirklich das komischste Betriebssystem, was ich je gesehen habe. Wenn ich eine Taste drücke, dann gibt mir das Teil das Wort Gottes, ein Lied Gottes oder gleich eine komplette Bibelzeile aus. Ja, das ist Temple OS, wurde laut seinem Entwickler von Gott persönlich in Auftrag gegeben und ist wirklich vollgestopft mit interessanten Sachen. Oder schaut mal hier, das 1,4 Megabyte Betriebssystem, Colibri OS. Das läuft auch auf 20 Jahre alte Hardware, ist extrem schnell und sieht trotzdem total nice aus, oder? In diesem Video zeigen ich und mein Kollege Schein euch drei richtig ungewöhnliche und vielleicht auch gefährliche Betriebssysteme, wie etwa das nordkoreanische Red Star OS, was Schein sich tatsächlich gerade auf seinem Rechner installiert. Ob das eine richtig dumme Idee von ihm war und was dieses Betriebssystem so besonders macht, klären wir alles in diesem Video. Bleibt dran. Liebe Hackerin, liebe Internet-Surfer, herzlich willkommen hier bei... Ja, und um diese ganzen Betriebssysteme zum Laufen zu kriegen, haben wir mit virtuellen Maschinen gearbeitet. Und solche VMs werden natürlich auch auf Server-Ebene benutzt, beispielsweise mit Proxmox. Der Sponsor dieses Videos, die Thomas-Krenn-AG, die interessiert sich auch für Proxmox und richtet deshalb eine Konferenz namens Proxtalks aus, am 16. September in Berlin. Dort gibt es insgesamt sechs Vorträge von internationalen Proxmox-Experten mit wertvollen Einblicken in die neuesten Entwicklungen und praxisnahe Tipps, sowie natürlich auch Anwendungsbeispiele aus der Praxis. Ein Beispiel Disaster Recovery & Backup Insurance mit dem Proxmox Backup-Server und Ansible. Mit dem Rabattcode proxtalks-ct3003 gibt es 10% Rabatt aufs Ticket. Anmeldung und mehr Infos auf proxtalks.de. Der Link ist in der Beschreibung. Werbung Ende. Komisches Betriebssystem Nummer 1. Temple OS. Ja, okay. Temple OS ist, ja, ungewöhnlich. Also, man kann auch sagen, richtig weird. Aber auch wirklich interessant. Und mindestens genauso spannend und auch ein bisschen traurig ist die Story hinter dieser Weirdness. Das Ding wurde 2005 unter dem Namen J-Operating System rausgebracht, später dann in Temple OS umbenannt und komplett von Null an, also from scratch, von einem einzelnen Typen entwickelt. Der hieß Terry Davis und hatte leider sehr, sehr große Probleme mit seiner mentalen Gesundheit. Also sowas wie manische Episoden, bipolare Störung und Schizophrenie. Und eines Tages hatte er eine Erleuchtung und die hat ihm, also laut eigener Aussage direkt den Befehl mitgegeben, den Nachfolger des zweiten Jerusalemer Tempels in Form eines Betriebssystems zu bauen. Okay, ja. Ja, was soll man sagen, er hat es wirklich durchgezogen. Davis hat dafür seine eigene Programmiersprache namens Holy C entwickelt, das ist eine Mischung aus C und C++ und hat mal eben so ein komplettes 64-Bit-Betriebssystem aus dem Boden gestampft. Das Ding ist Open Source, Public Domain, hat allerdings kein Netzwerk oder Internet-Support und wurde primär dafür gebaut, um Spiele zu programmieren. Temple OS läuft mit einer Auflösung von 640x480 Pixeln, weil die von Gott vorgegebene begrenzte Auflösung besser ist, um für Kinder Illustrationen zu zeichnen. Also, sag ich nicht, hat Terry Davis gesagt. Und ja, es läuft mit 16 Farben und einstimmigen PC-Piepser-Sound, so auch von Gott vorgegeben. Ist klar. Und es wird wirklich noch interessanter. Wenn man Temple OS nämlich das erste Mal startet, gibt's erstmal Geblinke und Verwirrung. Achso, gestartet haben wir das nur in VirtualBox. Auf Bare Metal ist Temple OS fummelig bis unmöglich zu installieren. Diese Fenster, die ihr hier seht, sind Tasks, die man hin und her schieben, größer und kleiner ziehen und mit Klick aufs X schließen kann. Bis auf diesen hier, der ist nämlich was ganz Besonderes, das ist hier der Adam Task, also Adam Task oder Adam Task, wegen Adam aus der Bibel. Und den kann man nicht schließen. In der offiziellen Dokumentation steht, der Adam Task ist der Vater aller Task und er sollte niemals sterben. Ja, und konkret ist das eine Art Oberprozess, der immer läuft und fürs gesamte System gilt. Hängt man da also Code rein, gilt das global. Und ja, diese Bibelreferenzen sind wirklich überall im System. Wenn ich zum Beispiel F7 drücke, kann ich mir jeweils ein Wort Gottes ausgeben lassen. Ja wirklich, nur ein Wort. Recover planets, savor soundly from sensation pale rejoicing fire. Ja, inspirierend. Man kann sich auch gleich eine ganze Passage aus der Bibel, ein Lied Gottes oder ein Gekripsel Gottes ausgeben lassen. Hä? Ja, dann startet eine Art Programm, wo man dann ganz oft die Leertaste drücken muss und dann kommt dieses interessante Bild raus. Klickt man hier auf das blinkende Menü, öffnet sich das Home Directory und hier findet man Spiele. Und ich muss echt sagen, die Spiele, die in Games und Non-Games aufgeteilt sind, sind meine persönlichen Highlights von Temple OS. Zeig ich euch gleich. Technisch cool. Denn man muss vorher noch einmal anmerken, dass Temple OS zwar irgendwie schon so seltsam ist, aber technisch auch total interessant. Temple OS ist nämlich ein Ring-Null-Only-Betriebssystem. Aber was bedeutet das? Normalerweise gibt es bei einem x86-System mehrere, ich nenne sie mal Sicherheitsschichten, auch Ringe genannt. Das sind Privilegienstufen, die festlegen, wie nahe der Code an der Hardware arbeiten darf. Ja, je kleiner die Zahl, desto eher kann man auf was kaputt fummeln. Bei klassischen x86-Systemen laufen User-Prozesse auf dem dritten Layer, auch User-Mode genannt, und sind damit eigentlich safe. Bei Temple OS ist man aber nur auf Layer 0 unterwegs, also direkt im Kernel der untersten Software-Schicht. Damit kann man super nice im System rumfummeln, aber das Ding auch mal eben komplett zerschießen. Wenn man weiß, was man tut, kann man in Temple OS mit Holy See einige coole Experimente machen oder eben eigene Spiele bauen. Ja, und apropos Spiele, was hier vorinstalliert ist, ist schon echt irgendwie cool und natürlich auch ein bisschen crazy. Guckt euch das hier mal an. Also, Spiele. Im Home Directory gibt es Fun Games, Unfun Games, also Spiele, die keinen Spaß machen, Code Scraps und Non-Games. Unter Fun Games gibt es sowas wie Vroom. Das ist ein Autorennspiel, was hier in meiner VM mit knackigen 13 FPS läuft. Oder Wanklers, ein Spiel, wo man arme, frierende Bauern im Winter zu Feuern führen muss. Die Lore von dem Spiel basiert anscheinend auf einem englischen Weihnachtslied über den guten König Wenz. Über den guten König Wenz. ...basiert auf einem englischen Weihnachtslied über den guten König Wenceslaus und sein Mitleid mit den Armen. Ja, schon deep irgendwie. Oder hier Titanium, so ein klassischer Scrolling Shooter, bei dem mir aber die VM leider immer abgestürzt ist. Naja. Mein persönlicher Favorit ist Keep Away, ein Basketballspiel, wo man seinem Team die Bälle passen muss. Und generell muss ich echt sagen, so schrottig das alles aussieht, irgendwie ist es doch in sich auch stilsicher, oder? Also diese 16-Farben-Optik hat schon irgendwie was. Das könnte so als Visualizer bei so einer Lo-Fi-Playlist laufen. Oder? Fühlt das jemand von euch? Ich finde ja. Unter Non-Games gibt's so lustige Sachen wie ne Jukebox, bei der man sich Songs anhören kann. Leider hab ich den Tod nicht zum Laufen bekommen, konnte mir aber immerhin die Lyrics anschauen. Man kann zwischen Childish, Night und Prosper wählen und dann den Song von 0 bis 9 bewerten. Hier ein Auszug aus Nine Night. Ja, also kriegt definitiv ne 9, würd ich sagen. Ah ja, und wenn man dann R drückt, kann man sich seine Belohnung von Gott abholen. Dafür öffnet sich dieses Fenster hier und ich kann mir ne random Nummer ausgeben lassen. Ja, dankeschön. Und der Heilige Geist kann dich steuern, das steht hier auch, das steht irgendwie an mehreren Stellen. Drückt man da drauf, öffnet sich ne riesige Wall of Text mit so christlich erbaulichen und Bibelzitaten. Falls ihr das gerne mal selbst ausprobieren wollt, könnt ihr euch entweder das Original runterladen oder halt Seel OS. Das ist ein modernisierter Fork von TempelOS, bei dem man beispielsweise die gottgegebene Auflösung ändern kann. Die Links sind alle in der Beschreibung. Ja, jetzt gebe ich rüber an Sahin und dem ist kein Risiko zu groß. Komisches Betriebssystem Nummer 2. Red Star OS. Okay, jetzt wird es gefährlich. Also, naja, geht. Das hier ist Red Star OS. Nordkoreas Betriebssystem. Ja, ihr habt richtig gehört. Das wurde vor ein paar Jahren in Version 3.0 geleakt und ist eine nordkoreanische Linux-Distribution, die auf Fedora 11 basiert. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Open Source Software im totalitären Staat. Naja, das vom Korea Computer Center entwickelte OS wird in Nordkorea seit 1988 als Betriebssystem verwendet. Es gibt anscheinend auch schon eine Version 4.0, über die ist aber nicht so viel bekannt. Angeblich hat die südkoreanische Zeitung The NK Economy eine Version ergattert. Die haben aber nur so ein paar unscharfe Fotos vom OS veröffentlicht. Naja, Version 3.0 gibt es auf jeden Fall an verschiedenen Ecken im Internet zum Download. Und die Frage ist, ist das Teil jetzt gefährlich oder nicht? Also werden da Daten von meinem Rechner nach Nordkorea gefunkt und parkt bald irgendwie ein weißer Van vor meiner Tür. Ich sag mal, jein. Security Analysten haben das Teil vor ein paar Jahren mal ausgiebig unter die Lupe genommen. Und ich sag mal so, das ist schon ein bisschen beunruhigend, was die rausgefunden haben. Aber da komme ich später noch zu. Aber so oder so wäre ja keiner so dumm, sich das Ding einfach zu installieren, oder? Oder? Äh, ja, doch. Hier läuft gerade Red Star OS in einer virtuellen Maschine auf meinem Windows-Rechner. In einer VM sollte eigentlich nichts passieren. Ich habe vorher aber trotzdem mal den Netzwerkadapter abgeschaltet, weil, naja, sicher ist sicher. Also ich habe auch Leute gesehen, die damit im Internet rumgesurft sind, aber das habe ich mich einfach nicht getraut. Und ja, das Ding ist logischerweise komplett auf Koreanisch. Man kommt da aber trotzdem einigermaßen gut durch, um sich einen Eindruck vom System zu machen. Mit ein paar Tweaks könnte man das aber auch auf Englisch stellen. Also so halt. Wenn man durch die Installation durch ist und auf dem Desktop landet, fällt erstmal auf, dass das total aussieht wie Mac OS X, also mit diesem Dock hier unten und der Menüleiste hier oben. Interessanterweise sah Version 1 noch aus wie Windows XP. Hm. Was man aber bei Mac OS X definitiv nicht hat, ist diese wehende rote Flagge hier rechts oben. Die kann man auch nicht anklicken oder so. Die ist einfach da. Ich denke mal aus Patriotismusgründen. Hm. Naja. Und apropos Patriotismus. Schaut euch mal diese tollen vorinstallierten Wallpaper an. Hier so hübsche Reißfelder, die bestimmt auch nicht nachbearbeitet sind. Oder eine schöne Skyline bei Nacht. Und oh, oder diese hübschen Artilleriegeschütze in einer wunderschönen Schneelandschaft. Wow. Toll. Äh, naja. Aber abgesehen davon wirkt das Betriebssystem erstmal überraschend normal. Zumindest an der Oberfläche. Installiert sind so Standardprogramme wie Kalender, Notepad, Mail Client, Sticky Notes, PDF Viewer und lustigerweise ein Tool zur Festplattenverschlüsselung. Also Privatsphäre wird anscheinend richtig groß geschrieben in Nordkorea. Was man nicht unbedingt bei jedem Betriebssystem hat, ist diese Kompositionssoftware hier inklusive einer Auswahl an koreanischen Volksliedern. Und es gibt ein Office Paket mit sowas wie Word, Excel und PowerPoint. Das ist eine veränderte Version von OpenOffice, also mal wieder Open Source, und heißt Sokwang. Der vorinstallierte Browser ist eine modifizierte Version von Firefox und heißt Naenara, was übersetzt sowas wie unser Land bedeutet. Der ist hauptsächlich darauf ausgelegt, das nordkoreanische Intranet zu benutzen. Und ja, die Internetnutzung in Nordkorea hat mit der bei uns im Westen mal so rein gar nichts zu tun. Nordkorea hat den am strengsten limitierten Internetzugang der Welt, also noch weit vor China oder dem Iran. Für die breite Bevölkerung gibt es wenn überhaupt Zugang zum Intranet, wo es nur ein paar Regierungswebsites und mittlerweile auch so ein bisschen Online-Shopping gibt. Nur wenige tausend Menschen im Land dürfen ins globale Internet und das ist mit super super strengen Auflagen verbunden. Laut Untersuchung einer südkoreanischen Human Rights Organisation, die heißt Peace Corps, muss man einen tagelangen Prozess hinter sich bringen, um Zugang zum globalen Internet zu erhalten. Hat man die Erlaubnis, kann man aber nicht einfach mal eben Fortnite spielen oder so, sondern man wird strengstens überwacht. Dafür sitzt dauerhaft eine Person neben dem Rechner, die aufpasst. Zusätzlich friert das System alle fünf Minuten ein und muss manuell von diesem Aufpasser entsperrt werden. Also das Internet, wie wir es kennen, gibt es für 99 Prozent der Nordkoreaner einfach nicht. Peace Corps, also die NGO, von der ich eben schon erzählt habe, hat einen geflüchteten Nordkoreaner zum Internet befragt und der meinte, ich wusste, dass es eine Art Netzwerk war, wo man suchen kann, aber ich wusste eigentlich nicht, was es war. Der hat auch weder von Google noch vom WLAN jemals irgendwas gehört. Aber wie gefährlich ist Red Star OS denn jetzt? Also Security Experten haben sich das Teil nach dem Leak genau angeschaut und man kann schon sagen, dass das Ding ein Werkzeug eines totalitären Überwachungsstaates ist. Die Programmierer haben tief in das System eingegriffen und fast alle Pakete modifiziert. Beispielsweise knallt Red Star OS auf alle Mediendateien ein Wasserzeichen, was aus einer Seriennummer der Festplatte des Computers errechnet wird. Gibt man diese Datei jetzt weiter, wird die Signatur des nächsten Users auch angefügt. So kann man am Ende genau nachvollziehen, wo eine Datei herkommt und wer damit alles interagiert hat. Und das Besitzen und Verbreiten von illegalen Dateien kann in Nordkorea wirklich böse Konsequenzen haben. Laut einem Bericht von Radio Free Asia wurde ein Student 2021 hingerichtet, weil er die Netflix-Serie Squid Game ins Land geschmuggelt hat. Ja, echt nicht schön. Wenn man einen USB-Stick anschließt, wird sogar noch ein bisschen gruseliger. Das System scannt den Datenträger und die darauf liegenden Dateien und verändert die einfach ungefragt. Und im Hintergrund laufen auch echt ein paar shady Dienste. Zum Beispiel einer, der beim Start eine Liste von Dateien und deren Checksummen überprüft. Und wenn der checkt, dass irgendeine wichtige Datei verändert wurde, rebootet das Ding einfach ungefragt. Sicherheitsforscher waren dadurch teilweise einfach in so Reboot Spiralen gefangen. Ein anderer Dienst wirkt erstmal wie ein Antivirenprogramm, durchsucht aber im Hintergrund die Dateien nach bestimmten Textmustern. Also es sieht so aus, dass der Virenscanner eher nach Dateien sucht, die die Regierung nicht verbreitet sehen will. Also ein weißer Van steht jetzt bei mir demnächst wahrscheinlich nicht vor der Tür, aber man kann sich schon vorstellen, wie stark Software in Nordkorea zur Überwachung genutzt wird. Betriebssystem Nummer 3, Colibri OS. Das hier ist laut eigener Wellcome HTML das kompakteste Betriebssystem der Welt. Das Teil heißt Colibri OS, also wie der sehr kleine Vogel, und ist sage und schreibe 1,44 MB groß und läuft auf alter Hardware noch extrem schnell. Und wenn ich alt sage, dann meine ich nicht so Laptop von vor zehn Jahren alt, sondern hat noch Diskettenlaufwerk alt. Die 1,44 MB sind auch kein Zufall. Wie die Älteren unter euch wahrscheinlich noch wissen, so viel passt auf eine HD-formatierte 3,5 Zoll Diskette. Und dafür ist auch die Image-Datei der Installation vorgesehen, dass man sie auf eine Diskette spielt. Das war also kein Spaß mit dem Diskettenlaufwerk. Colibri OS ist tatsächlich übrigens gar nicht alt. Im Gegenteil, das wird nach wie vor noch aktiv entwickelt, kann man hier in den Git-Aktivitäten deutlich sehen. Erst vor drei Wochen wurden noch Bugs behoben. Um Colibri OS nutzen zu können, braucht man lächerliche 12 MB RAM. Wenn man das in einer VM aufsetzt, werden in der offiziellen Dokumentation 64 MB RAM empfohlen, für größere Anwendungen 256 MB. Puh, krass. Naja, das Ding ist nicht nur klein und läuft überall, sondern ist auch vollgestopft mit coolem weirden Zeug und sieht dabei auch noch richtig, richtig nice aus. Schaut mal hier, das sieht doch cool aus, oder? Diese minimalistische Retro-Optik hat schon echt was und die kann man auch noch so richtig doll anpassen. Also hier beispielsweise jede einzelne Farbe der Fenster. Es gibt auch eine Auswahl von vorinstallierten Themes. Da sind echt weirde Sachen dabei, wie dieses USSR-Theme. Ja, das würde eher zu Red Star OS passen. Einen Fallout-Skin oder Test-Test. Okay. Ein paar coole Bildschirmschoner gibt es auch, wie diesen Matrix-mäßigen hier oder diese Kugel. Schon krass. Ansonsten wirkt das OS wie eine Mischung aus Windows und macOS. Hier unten ist ja so eine Taskleiste und wenn man will, kann man noch in den Einstellungen, die übrigens aussehen wie bei macOS, noch so ein Dock anzeigen lassen. Bei den vorinstallierten Programmen ist eine Menge echt komisches, aber auch echt cooles Zeug dabei. Aber vorher noch ein Wort zur Geschwindigkeit, denn das Ding ist wirklich extrem schnell. Alles was man öffnet, ploppt sofort ohne eine Millisekunde Verzögerung auf. Colibri OS ist nämlich keine Linux-Distribution, sondern ein komplett eigenes Open-Source-Betriebssystem. Der Kernel und viele Treiber sind direkt in Assembler geschrieben. Deshalb ist das System auch extrem klein und durch das schlanke Design auch entsprechend schnell. Der Unterschied zwischen Assembler und Programmiersprachen wie C ist, dass der Assembler-Code einfach viel näher an der Hardware arbeitet und jede Anweisung die CPU praktisch direkt steuert. So, jetzt aber zurück zu dem lustigen Spielkram auf dem System. Es gibt komischerweise eine große Menge von so 2D- und 3D-Demos wie diese Augen hier, die den Mauszeiger verfolgen, so ein 3D-Labyrinth oder so ein komischer Hut, der sich dreht und an dem man verschiedene Sachen einstellen kann. Ja, keine Ahnung wofür man das braucht, aber schon irgendwie cool. Es ist aber nicht nur Quatschkram installiert, sondern auch sowas wie ein Notepad, einen Kalender, so eine Art Paint, verschiedene Benchmark-Programme, ein IRC-Client und ein Haufen Spiele. Hier gibt es richtig freche Kopien, wie von diesem Dino-Spiel aus dem Chrome-Browser, Floppy Bird, 2048, Doom, Wolfenstein 3D und Quake. Das ist da einfach drauf. Naja gut, aber so Sachen wie dieses Rasenmäh-Spiel hier habe ich zumindest nirgendwo bisher gesehen. All in all finde ich Colibri OS irgendwie einfach nice. Also der Look, diese ganzen komischen Anwendungen und Spiele, das ist einfach cool. Probiert das Ganze doch vielleicht mal aus. Vielleicht habt ihr noch alte Hardware mit Diskettenlaufwerk rumstehen. Falls ihr noch andere komische Betriebssysteme kennt, die wir ausprobieren sollen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Abonnieren und liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.